So, willkommen zu einer kleinen Sonderfolge. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir irgendwie ein Upgrade durchführen können für unsere Fallen, weil das geht ja gar nicht so. Upgrade für Überleben, Falle jetzt möglich, Karten mit diesem The Bold sind bereit zum Upgraden. Okay, das Upgrade von Fallen erhöht in ihrer Effektivität, außerdem werden dadurch Tune-Plätze freigeschaltet, mit denen du Fallen nach beliebig modifizieren kannst. Fallen-Upgrades und Modifizierungen gelten nur für den Spielemodus Überleben. Hilden, neue Skin. Haben wir. Hier steht leider 250 Kosten. Schaden 130, 6,5 Sekunden Feuerpause. Hm, verbrennt Gegner, das ist natürlich nicht so schlecht. 500, 1250, ich würde eigentlich gerne die Dinger mal ausprobieren. Ähm, herstellen. Fun-Upgrades betreffen nur den Spielemodus Überleben, blablabla. Upgrade. Steht aber leider auch nicht da, was dann passiert, ne, wie viel stärker das denn wird. Erfolgreich, du hast erfolgreich deine Karte geupgradet. Upgradet, so rum. Ähm, abgegradete Karten können unterschiedliche Eigenschaften haben, wie erhöhten Schaden, eine kürzere Abblickzeit und mehr. Außerdem sehen sie viel cooler aus. Du hast auch deine erste Tune-Plätze freigeschaltet. Blablabla. Äh, Einzelteile an die Fällen einbauen. Okay. Und wo... 40% mehr schauen. Und wo kann ich die jetzt upgraden weiter? Gar nicht. So, vielleicht sollten wir unsere normale... Obst du die denn eine Pfeilwand? Äh, Schaden. 10 plus, das ist ja fast gar nichts. Probieren wir einfach mal das Ding jetzt aus. Ach, da sind unsere Dinger jetzt upgraden. Stufe 2, mehr Schaden. Stufe 2, mehr Schaden. Stufe 2, mehr Schaden. Okay. Gut, ich hoffe mal... Das wird was. Schergen. Das ist aber eigentlich auch alles für... Ich glaube, Eroberung. Das spiele ich ja momentan eh nicht so. Zu einer Heilquelle wäre auch nicht so verkehrt. Belassen wir uns erstmal dabei. Und gucken wir mal, ob wir einen schnellen Match finden. Möglicherweise ja. Eben ging es relativ schnell in der Folge davor. Hm, geht wohl nicht so schnell. Ich überlege gerade, ob ich einen einzigen Match erstmal mache, um die Feindlust zu testen. Machen wir das mal eben schnell. Bauer will, wie wir warten. Ich will die einfach bloß mal gucken, wie die so wirken. Damit es relativ schnell geht. Aber stimmt nicht. The Wall ist jetzt schon Level 8. Die fünfte Map. Und die war schon so schwer jetzt. Alter Falter. Ah, wir müssen das Dicke noch... Bearbeiten fällt mir gerade so ein. Verdammt, wie komme ich hier wieder raus? So, Deckeditor. Deck bearbeiten. Das hat euch denn jetzt rausgeworfen. Das Ding. Hier ist bald nur. Das Ding können wir raus holen. So, jetzt nochmal. Und es klappt wieder nicht mit dem Menü. Er stürzt dann gleich wieder ab. Egal, welche Auflösung ich nehme, es ist nicht schön. Muss ich mich mal belesen, ob es irgendwie andere gibt, die auch in den gleichen Fehlern mal haben. Ich verschließe eine Auswertung, die am Ende des Match und wir verpassen ja so auch Truden. Wer hat Lust auf einen heißen Tanz? Ich. Ähm. Gott, ich muss mich erstmal wieder an die Karte... ...gewöhnen. Ich hätte noch lange nicht mehr. So, jetzt haben wir das Ding. Ich bitte, wir sind klein. Keine Angst, das wird sie aufreiten. Ist wie ein Lagerfeuer anzünden. Perfektion. So mag ich es. Das wird schmerzen. Das sind so auch ganz schön teuer. So mag ich es. Jetzt haben wir 2000 ausgegeben. Für die kleine Reihe. Das wird schmerzen. Eine kleine Überraschung. Keine Angst, das wird sie aufhalten. So, jetzt können wir theoretisch noch eine Viererreihe legen. Das wird schmerzen. Das wird schmerzen. Und die kosten natürlich auch Fallenplätze. Nicht wenig. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Mein Scherz ist, bitte. Ich weiß noch nicht so ganz, ob mich das überzeugt. Perfektion! So! Hallo, die Damen! Heiß, aber nicht. Mal gucken, ob die bei den Viechern hier wirken. Yes, das ist gut. Das geht, 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 geht. Ich hab's von echt gut machen gelernt. So, ihn setzen wir erstmal hier hin. Und dann können wir uns um die andere Lane. Ja, so mag ich es. Keine Angst, das wird sie aufhalten. So mag ich es. Es wird schmerzen. Perfektion! Der Gegner hat einen Kriegsmager geöffnet. Da, ich muss es! Nein! Wir werden nie mehr widerstehen. Zum Halt! Oh! 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 Einges Moment. Oh! Oh, das andere Tor ist jetzt schon zu! Verdammt! Es wird Schmerz. Nö, dann kommt mal. Läuft. Oh, jetzt ist die andere Seite wieder aktiv, was ist das denn für die Verarsche? Ich glaube, hier kommen die nicht so gut durch. Okay, jetzt kommen welche durch. Das wird Schmerz. Hä, achso, ups. Ich mag's knusprig. So, investieren wir hier noch was oder lassen wir das? Die kleinen Säcke kommen hier lang. So, gut. 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 Ich hab noch eine Zeit für eine Folge. Vielleicht kriegen wir mal wieder ein ordentliches Match hin. Gut. 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 Gut.